Hallo ihr Lieben, und zurück zur neuen Folge von Ostwind, das Spiel. Ja, ich bin am überlegen, diese Folge mal versuchen, den Monolith zu finden. Ja gut, wir müssen jetzt striegeln und Hufe auskratzen. Was machen wir danach? Ähm. Gut, äh. Es gibt mehr Arbeit für dich. Ja, wir wissen's. Ähm. Aber. Halt. Ich möchte ihn unbedingt mal finden. Und deswegen reiten wir jetzt mal in Richtung See. Der war extrem versteckt, ist der, glaube ich. Wir reiten einfach mal in Richtung See. Und, ähm, dann gucken wir mal. Wir können auch mal das Interface ausblenden. Kann man zwar nicht so auf die Ausdauer achten, aber... Sind's, glaube ich, so ungefähr richtig. Weiß ich, hier habe ich nur so komische Lecks. Aber... Aber... Heile ist halt öfter mal. Weiß nicht, woher das kommt. Aber gut, ähm... Wir müssen auch mal, wenn wir hier schon... Weißen... Mal nach... Ähm... Nach, ähm, Schnitzereien auch Ausschau halten. Dass wir nix verpassen. Aber, wie's aussieht, ist hier nix. Sind wir richtig? Ja, sind wir. Aber da ist er ja schon. Oh, dieser Ausblick. Voll schön gemacht. Und wir müssen mal gucken, ob wir das finden. Wie geht's jetzt hier lang? Wie geht's jetzt hier lang? Wartet mal. Wartet mal. Ich glaube... Ja, genau hier lang. Glaube ich. Ich glaube es aber auch nur. Ja. Ich glaube es aber auch nur. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Doch, Leute. Wir haben ihn gefunden. Ich glaube das ja nicht. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Ah, das ist so ne Figur? Wartet. Wow. Sieht das schön aus. Sieht ja richtig schön aus. Okay. Können wir... Können wir jetzt sowieso angefangen haben mit Ausreiten. noch mal ein bisschen weiter reiten. Ich möchte ihn mal in der Richtung der Rodung vielleicht auch noch mal, wenn ich da jetzt so ohne weiteres hinfinde. Ich glaube nämlich, dass da in der Nähe des Labyrinths sein muss. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Kann mich auch täuschen. Aber wir müssen hier noch mal ein bisschen weiter reiten. Ich kann auch immer noch Nachschlüsse da rein ausschalten. Oh, was hier noch so lang geht. Hm. Hier sind wir denn auf den Hügeln. Okay. Okay. Alles klar. Das ist doch mal da noch so lang, ne? Aber ich kann nicht versprechen, ob wir auch jede einzelne Schnitzerei finden werden. Hm. Weil die letzten zu finden, das wird sehr schwer sein. Nehme ich an. Da ist noch eine. Halt. Wird schon hier oben bleiben. Wir wollen nicht, dass Ostwind sich auch noch verletzt. Da ist noch eine. Platzsucher. Ne, damit haben wir gleich noch was abgeschlossen. Das ist sehr gut. Ne, damit wir unsichtbar waren. Ich dachte, da oben geht es auch noch lang. Okay. Wo sind wir denn hier? Bereiten Richtung See. Okay. Ja, stimmt. Hier waren wir ja auch vorhin lang gekommen. Da ist noch eine Figur. Halt. Ja, Entschuldigung. Wollt euch nicht erschrecken. Ja. Wartet. Da ist noch eine Figur. 62 haben wir es schon. Hoppala. Wird da rüber. Weil man weiß ja nie, ob in solchen, ähm, eingezäugt auch noch was ist. Aber es aussieht nicht. Wo sind wir denn jetzt hier? Fast wieder gut angekommen, ne? Wollt ihr zu den Rohdomen? Eigentlich. Ich weiß, wir reiten erstmal in Richtung. Gut, wenn wir von Anfang an sind, weiß ich wo ich lang muss. Ich kenne noch was eigentlich. Da glänzt nicht was. Da ist noch eine Figur. Ja gut, das Nachteil ist jetzt, wenn wir das, ähm, Interface jetzt hier ausgeblendet haben. Da ist das gut. Gut. Dann war es jetzt ungefähr... Bei zu den Rohdomen wollte ich jetzt noch mal ganz kurz. Wartet mal. Dazu mussten wir hier lang. Wir waren ja einmal schon bei den Rohdomen, als wir den Regenbogen, ähm, fotografieren mussten. Da waren wir da ja auch schon mal. Ja. Ja, wir sind auf jeden Fall erstmal richtig. Hoffe ich. Da sind die Rohdomen. Hier war auch irgendwo das Labyrinth, wenn mich nicht alles täuscht. Also müsste es gewesen sein. Warte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das hier nicht? Das ist eine Figur. Das ist eine Figur. Ja, haben wir das Labyrinth auch gefunden. Das ist gar nicht mal so schlecht für den heutigen Tag. Müssen wir gucken, dass wir das Labyrinth wieder rausfinden. Äh, warte mal. So, gut. Dann gucken wir auch mal, ob wir so zurück zur Guthaltenbach kommen. Hier müssen wir lang. Glaube ich mal. Hier ist auf jeden Fall der Trainingsplatz. Weiter so, Ostwind. Ja, wenn wir nicht zurück auf Guthaltenbach sind, gucken wir auf unserer Pinnwand. Ähm, was wir schon alles gefunden haben. Und... Voila. Ja. Das wollen wir. Dann gucken wir gleich, was wir alles gefunden haben schon. Und Ostwind geht jetzt gar nicht so gut. Guck mal, wir haben schon einen Teil gefunden. Monolith. Was fehlt uns denn jetzt noch? Alle Orte finden. Die Schnitzereien. Den Ausblick. Wo wir den noch finden, war es jetzt auch nicht. Ja, mehr brauchen wir bald gar nicht. Außer Schnitzereien noch zwei Sehenswürdigkeiten. Perfekt. Ja, um Ostwind kümmern wir uns in der nächsten Folge. Die kommt ja auch schon heute Abend. Dann werden wir ihn striegeln und Hufe auskratzen und noch ein paar Aufgaben machen. Bis dahin. Macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Tschüss.